Olaf Scholz, der beste Wahlhelfer der AfD Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD und derzeitige Finanzminister, wird als der beste Wahlhelfer der AfD bezeichnet, da seine Migrationspolitik und seine Unnachgiebigkeit in Bezug auf Änderungen in der Politik zur Bewältigung von Terroranschlägen wie in Mannheim und Solingen dazu beitragen, dass die AfD bei den bevorstehenden Wahlen im Osten eine historische Quittung erhalten könnte. Die Ereignisse in Mannheim und Solingen haben die Republik erschüttert und die Forderungen nach einer Änderung der Migrationspolitik sind lauter denn je. Doch Olaf Scholz und die drei Ampelparteien, SPD, Grüne und FDP, zeigen wenig Bereitschaft, ihre Politik zu ändern. Dies könnte sich bei den Wahlen im Osten rächen, wo die AfD aufgrund ihrer harten Haltung gegenüber Migration und Terrorbekämpfung bei vielen Wählern an Zustimmung gewinnt. Olaf Scholz und die anderen Parteien könnten somit indirekt der AfD in die Hände spielen und ihnen einen historischen Wahlerfolg bescheren. Es bleibt abzuwarten, ob Olaf Scholz und die Ampelparteien ihre Politik überdenken und auf die Forderungen der Wähler eingehen werden, um einer erfolgreichen AfD bei den Wahlen entgegenzuwirken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017